Jogginghose? Nee, lieber nicht. Ich nehm die Jeans. Dinge, die Nico nicht sagt. Und Video ab dafür. Heute ist schon echt ein prima Tag, um für Mathe zu lernen. Echt geiles Wetter aber. Ich lerne lieber für Mathe. Oh nein! Oh nein! Ich muss echt sagen, dieser neue Song vom Crow, der geht echt richtig ab. Ich feier den total. Jogginghose? Nee, lieber nicht. Ich nehm die Jeans. Ey Jo, lass mal saufen. Saufen? Klar, da bin ich dabei. Pumpen? Ach nee, da hab ich heute gar keinen Bock drauf. Ja natürlich, ich bin ausschließlich Majo-Fan. Als ob ich noch irgendwelche anderen Rapper hören würde. Ich muss echt sagen, dieser neue Song vom Crow, der geht echt richtig ab. Ich feier den total. Oh, jetzt kommt gleich der neue Horrorfilm. Na den guck ich mir natürlich an. Wieso Ordnung? Die herrscht bei mir. Mann, nee. Ich hab gestern schon Pumperweg gemacht. Mach ich heute mal eine Pause. Hatt ich heute mal keinen Zuhör auf Insta. Ach und falls ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, dann tut dies. Bitte unten ist der Link der AmazingN auf Instagram. Dankeschön. 40 Grad. Da geh ich lieber mit Pulli raus. Viel angenehmer. Yo Leute, falls euch dieses Video gefallen haben sollte, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben oder über ein Abo freuen. Falls ihr mehr von solchen Videos haben wollt, dann schreibt es einfach mal unten in die Kommentare. Checkt meine anderen Videos ab, checkt die Social Media Links in der Beschreibung. Das war euer Niko, Ali's AmazingN mit Dingen, die Niko nicht sagt. Falls ihr einen zweiten Teil haben wollt, müsst ihr das auch schreiben. Das mach ich natürlich gerne. Und jo, das war's. Ich wünsche euch noch viel Spaß auf meinem Kanal. Und vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Und Ciao! Ciao! Ciao!